Seit über 100 Jahren pflegt die Familie Bachmann das traditionelle Backhandwerk. Das Kaffee mit Herz und die Bäckerei Bachmann sind feste Werte in Losdorf und Umgebung. Wenn die meisten Leute noch schlafen, herrscht bei uns bereits Hochbetrieb. Unsere Brote werden alle von Hand geformt, denn nur die menschliche Hand hat das nötige Gespür für die individuelle Beschaffenheit eines Teiges. Unsere Brote sind einzigartig in Form und Geschmack. Der Handmade-Faktor wird bei uns grossgeschrieben. Wir bilden Lehrlinge aus, damit sie auch in Zukunft täglich leckere Bäckerei und Konditorei-Erzeugnisse geniessen können. Wir liefern täglich frische, hochwertige Produkte. Wenn auch Sie ein kurzes, aber gesundes Frühstück zu sich nehmen möchten, unsere Filiale Centro ist morgens ab Viertel nach sechs für Sie da. Auch für Ihre individuellen Anlässe haben wir das Richtige. Gönnen Sie sich etwas Ruhe und Genuss. Wir verwöhnen Sie schnell und niveauvoll mit herrlichen Kaffee-Kreationen und feinen Torten. Bei uns vergeht die Zeit wie im Flug. Besuchen Sie uns doch auch am Sonntag. Bis bald.